Heute schenke ich dir 100 Euro. Du willst sie? Bleib dran! Hallo wieder hier auf deinem IHC-Hypnose-Kanal von Deutschlands erfolgreichen Hypnose-Institut. Ich bin Tobias Paul und heute erhältst du von mir 100 Euro geschenkt. Ja und jetzt fragst du dich vielleicht warum und wie du dazu kommst. Nun, mich erreichten kürzlich folgende Zeilen eines Klienten, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Frau Sabrina G. schreibt. Hallo liebes IHC-Team. Vor etwa 4 oder 5 Jahren war ich bei ihnen im Institut wegen meiner Angststörung, die ich unbedingt loswerden wollte. Ich hatte bis dahin schon so viel versucht und nichts hat funktioniert. Das allerdings änderte sich, als ich die beiden Sitzungstage bei ihnen gemacht habe. Ich habe sofort die Veränderung gespürt und wie versprochen, konnte ich seitdem ein angstfreies Leben führen. Vor einigen Monaten habe ich mir dann einen der vom IHC angebotenen und geführten Selbsthypnose-Kurse gekauft. Ja und kann nun nur sagen, ich bin mehr als begeistert. Es ist für mich vollkommen unverständlich, dass sich nicht jeder solch einen Kurs holt, der sich die entsprechende Veränderung und Hilfe wünscht. Das tut doch so gut und bewirkt auch so viel. Ehrlich, ich bin echt froh, dass ich mich für die unbegrenzte Variante entschieden habe. So kann ich immer auch noch nach Jahren auf diese wunderbaren Dinge zurückgreifen, wenn ich es möchte. Ich nutze die unterschiedlichen Hypnosen nahezu täglich. Heute nicht mehr, weil ich es muss, sondern weil es mir so gut tut, immer wieder so tief zu entspannen. Vielen Dank an dieser Stelle an Sabrina, deren Schreiben noch etwas länger geht. Das jedenfalls war der Auslöser für mich, der mich auf die Idee der Weihnachtsaktion brachte. Ja und hier ist sie. Du bekommst von mir 100 Euro geschenkt und zwar auf alle von mir ganz persönlich geführten Hypnose-Kurse für zu Hause. Den Link zu deinen Kursen, den blende ich dir gleich mal da unten mit ein und der steht natürlich auch nochmal in den Shownotes unter diesem Video. Die 100 Euro erhältst du einfach so. Es ist mein Weihnachtsgeschenk für dich in dieser aufregenden und für viele Menschen doch eher schwierigeren Zeit. Du wählst einfach deine Hypnose aus, die für dich passt, also zum Beispiel die Raucherentwöhnung, das übrigens geht auch als Geschenk für deinen Partner oder jemand anderen. Oder die Gewichtsreduktion, das Thema Schlafstörungen, Alkohol oder irgendein anderes. Schau einfach mal nach, was ich für dich für Kurse bereithalte und du wirst fündig. Anschließend entscheidest du dich für die kurze oder die dauerhafte Variante und Achtung, jetzt kommt's. Du gibst unbedingt deinen Gutscheincode XX2020 ein. Die 100 Euro werden dir dann sofort von deinem Preis abgezogen und du hast 100 Euro für etwas anderes zur Verfügung, was dir sicher nicht schwerfallen wird zu finden. Ist doch so, oder? 100 Euro für dich und dann kannst auch du zu denjenigen wie Sabrina gehören, die das Richtige getan haben und ganz begeistert sind über das, was mit der Kraft deiner IAC-Hypnose für dich möglich ist. Der Gutscheincode gilt übrigens bis zum 31. Januar. Und somit solltest du natürlich schnell mal nachsehen, welche Hypnose für dich die passende ist oder die du verschenken möchtest. Ach und noch etwas. Alle Kurse laufen mehrere Tage, meist über mindestens eine Woche, sodass du auch mehrere Hypnosen zu deinem Thema erhältst und nicht nur einseitig auf die Veränderung hoffen musst. Du kannst also von ganz vielen Seiten und unterschiedlichen Blickwinkeln zu genau dem kommen, was du dir wünschst. Na und wenn wir nun schon mal beim Wünschen sind, so wünsche ich dir nun eine besinnliche Zeit. Viel Freude und Erfolg mit deiner Hypnose und rutsch auch gut rein in ein hoffentlich auch für dich noch viel besseres Jahr 2021. Dein Tobias Paul